Ich habe es leider nicht kleiner. Verbindlichen Dank. Moment, Moment, ich habe Ihnen eine 2 Marke gegeben. Müssen wir auch 50 Pfennig rausgeben. Tut mir leid, ich habe es nicht kleiner. Ja, dann müssen Sie aber noch kleiner nehmen. Hier, haben Sie 20 Pfennig. Wer den Groschen nicht ehrt, ist für mich auch den 50 Pfennig wert. Könnten Sie nicht besonders nett zu mir sein? Ich könnte jemanden gebrauchen, der besonders nett zu mir ist. Ich bin dann auch besonders nett. Ich war gestern Abend in der Vorstellung. Sie waren ein Erlebnis, so wie immer. Das ist die Groschenzgeier. Schwebend wie eine Wolke, leicht wie der Vogel in der Luft und immer ein strahlendes Lächeln. Aber was wisst ihr schon von meiner Angst? Wann brauchen Sie den Schlüssel? 3,25 Uhr. In Ordnung. Und wo? Ein paar. Sie sind ein Scheißkerl, Herr Klingelein, um bei der Wahrheit zu bleiben. Ich habe immer das Gefühl, Sie sind auf der Durchreise. So, als kämen Sie gerade an und passen gleich wieder weiter. Das magst du. Ich möchte ein ganzes Kapitel in Ihren Memoiren sein, nicht nur ein Absatz. Ich bin nur ein Dieb, aber bei Tag ist die Romantik beim Teufel und ich bin nur noch ein Dieb. Und ich hasse den Mann, der mich morgens im Spiegel anschaut. Aber ich liebe ihn, diesen Mann.